Ach guck, eine Südtirol-Karte, ganz nach meinem Geschmack. Da sind alle acht Wirtshausbraureihen Südtirols drauf. Ja, in vier davon waren wir ja jetzt schon. Wir haben angefangen im Gasselbräu in Klausen, sind dann nach Norden zur Sachsenklemme bei Franzens Feste gefahren. Dann hat es uns nach Süden verschlagen, in die Hauptstadt Bozen, zum Bordzenhäusl. Und jetzt zuletzt waren wir in Brunneck im Osten beim Riehensbräu. Und da habe ich mir zur heutigen Verkostung ein schönes Holunderbier mitgebracht. Da bin ich schon ganz neugierig, was das wird.